Oh. Mario Zone. Hm. Aber dann... Der Anfang macht mir immer gute Laune. Aber wenn ich das noch paar Mal hören muss, dann ist das echt schlimm. Ich springe noch vernünftig. Mir zuliebe. Nee. Habe ich Geduld? Habe ich Geduld? Ne, ich habe keine Geduld. Wie ging das denn hier? Ah ja, okay. Überall Zahnfäder. Ja klar, es ist ja auch so eine Puppe. Eine Mario-Puppe, das ganze Level. Kriege ich hier vielleicht? Nein, kriege ich nicht. Da muss ich glaube ich rein. Und hier kriegen wir die Karotte und sollen wir das festieren? Ja, machen wir. Bevor wir das Level nochmal von Anfang an machen müssen. Falls ich sterben sollte. Aber es sieht knapp nicht so danach aus. Da ist auch schon das Ziel. Da gab es irgendeinen Trick, glaube ich. Ich kann jetzt natürlich alles hier einsammeln, aber will ich das? Das war knapp. Ja, das ist schon gemein hier gemacht. Muss man ja schon sagen. Ja. Ganz rechts. Und da muss man bezeugen und dann kriegt man drei Leben. Ach ja, 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 ja. Dankeschön. Nettes Spiel. Oh, jetzt sind wir im Bauch. Im Bauch von Matthew. Wie wir sehen, hat er nur Bonbons gegessen. Das ganze Level besteht aus runden Bonbons. Ja, ihr seid ja ganz cool. Ja, das ist, das ist Matthew Land 2. Deswegen haben sie auch ganz schnell diese Hasenohren wieder weggeworfen. Ah, und ich muss mich kratzen. Verdammt. Ah, ich muss mich kratzen. So kann ich hier stehen bleiben? Ja, danke. Ah, das tut gut. Ich hasse es, wenn man, wenn es irgendwo juckt und man kann sich in dem Moment nicht kratzen. Das ist ganz schlimm. Oh, was ist denn hier? Stimmt gibt es hier irgendwo ein Leben. Egal. Oh, ich muss mich wieder kratzen. Naja, nichts passiert. Ja, da ist das Ziel. Schönes Level. Hat mir gefallen. Oh, was bist du denn für einer? Cool. Dich habe ich ganz vergessen. Machen wir mal hier diesmal. Oh, wir kriegen das Leben. Ist das nicht schön? Eramid. Danke. Oh, ab in die Zunge. Oh, hier gab es fiese Spielzeugsoldaten, glaube ich. Da ist er ja schon. Oh. Sowas gab es hier auch. Jack in the Box. Ich glaube, wir können hier einfach mal so überfliegen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Obwohl ich meine, doch, wir haben es geschafft. Cool. So, und jetzt muss man hier auch ein bisschen aufpassen. Denn ich meine, wenn man hier nicht... Oh. Oh, 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 oh. Ne, 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 ne. Das machen wir nochmal. Ach, ich war doch da, Mann. Was haben wir denn hier überhaupt? Ein Leben bestimmt oder sowas. Nutzen und hätten wir die Feuerblume, könnten wir da durch, aber ist egal. Oh, oh, oh. 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 Unfair. So. War es das? Ähm, ich glaube, ich scheiße auf den Kran. Sind wir ganz oben? Oh, okay. Nein, das ist so schwer hier. Okay. Ach so, dann müssen wir das hier wohl nehmen. Ausnahmsweise. Dann können wir auch schon hier so wahr. Nö, 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 nö. Ähm, ganz rechts. Ja, das war ein bisschen zu, äh... Zu spät, glaube ich. So, letztes Level. Aus Legostein. Oi. Oi. Was wollt ihr von mir? Ach, man kann auch gedrückt halten. Ja, sag das doch. Ja, aber muss erstmal einmal nochmal drücken. Okay. Das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Yo. Hallo. So, was haben wir hier? Eine Feuerblume. Jeff Feuerblume. Boah, ist das übel hier. Boah, da hat man ja richtig Respekt vor diesem Level. So, hier, die zwei kleinen Schweinchen. Das meine ich hier. Das ist der längste Boss. Oh, cool. Cool. Yay. Yay. Uuuuuh. Uuuuh. Den fand ich früher immer ganz schwer, diesen Boss. Aber jetzt, irgendwie, kann ich nur darüber lachen. Ja, ähm, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, wie lange ich dafür gebraucht habe. Hm. Egal. 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 Vielen Dank.